Hallo, mein Name ist Peter Hartung und ich lade Sie ein zum Innovation Forum Medizintechnik. Innovation und die MDR schließen sich aus. Das ist eine der brennendsten Fragen beim Innovationsforum Medizintechnik von Medical Mountains am 22. Oktober in Tuttlingen. Ich möchte Sie gerne einladen, den vielen sehr interessanten Vorträgen zu folgen. Machen Sie sich persönlich ein Bild vom viel zitierten Stand der Technik in der Medizinproduktebranche. Sprechen Sie mit Experten und tauschen sich persönlich aus, endlich wieder live und in Farbe und in 3D. Ich werde Ihnen dort ein Modell zur regulatorischen Digitalisierung vorstellen, das im Wesentlichen nur mit zwei Tools auskommt. Seien Sie gespannt, bleiben Sie gesund und bis bald in Tuttlingen.